Hiiii Hiiii Hier ist wieder das Maximus Prime Kind hier Äh Artismus Prime Kind hier Ich darf Wir machen zu die Vault und müssen alle 10 Piranhas einfach mal wegficken Oder? Es gibt eh nur einen Ah es gibt einen und die andere Ah lol das ist lol Es ist lol Es ist sooos Es macht dies 3D was ne Bis sie alle Dings Piranhas ist immer nur einer Ich muss jemanden in den Nahrung schicken Oh Gott das ist ja doch nicht so einfach ja Es ist eigentlich erst einfach mal weißt wie Ach Junge Ich nehm dir gleich das Vela wieder weg ja Mann ist halt Ich glaub das schreibt dir jemand Das was neben mir hat mir irgendwie hier 15 Worts äh ALTER Jetzt hat mich konzentriert Ich hab dir so'n Fuß gekommen Autsch mein Fuß Mann jetzt wegen dir du hast mich abgelenkt Meine Schuld Ja Ok 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 Nein Nicht gehen Was mach ich denn hier vorne Was mach ich denn hier vorne Was macht denn der Oh nein Ich muss jetzt richtig ablenken Hehehe Er macht Fotos von mir Lügenpresse Lüge Ähm Was mach es denn jetzt hier Ich würd sagen ich hab jetzt hier grad verkackt Geil he Nächster Versuch. Eigentlich ist mir nur 5 Watt draufspannen. Das ist eigentlich das ist easy. Oh, jetzt bin ich so dumm dafür. Das ist das einzige, wofür du zu dumm bist. Ja. Ja. Das ist nicht besser. Oh yeah. Nein. Schafft das jetzt. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt. Oh, jetzt helfe ich die Flaschen. Oh nein. Oh nein. Das sind deine Aria zuhren hier. Da bist du hier mit St... Oh, oh, oh! Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Er hat die Haare zuhren, er hat die Haare zuhren. So. So, du scheiß Ding, verreckt bist. Alter, ich bleib doch da auf der Scheiße drauf. Nee, ich bekomm das hier mal täglich in der Raster. Das ist dann wieder das meistens kleinste Controller, ja? Yeah. Wo? Wo? Wie? Wie? Ich war doch da oben drauf. Wo? Wie? 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 Was? Warum? Wie? Wie? Ja? Oh, ja. Ist das kaltes Scheißland, ja? Ja endlich hier! Ah, ah, ah! Nichts, kein Hebel! Nein! Ah! Ah! Ich mach's heiße da hin! Und ich mach's raus, nein! Ah, was machst du da? Du kommst, kein Hebel! Dann schaust du wieder auf! Cool, das hat nicht komplett verreckt! Wird dessen hab ich drei Münzen eingesammelt! Jetzt hat er ein Foto von mir gemacht! Ja, ganz geil! Mach's auch von dir! Hast du schon! Ich mach' neun! Richtig geil! Es gibt vier Sticker von mir und 3000 Sticker von ihm! Hat der Typ noch Aufträge? Nee! Festung der Todeswippen! So, zwischendurch ran hier! Dann tust du nicht laut rumprullen wie so'ne Affe! Du hast mich voll verletzt! Du hast mich voll verletzt! Ja, ja! Aufregung pur! So, mal! Dort kommt so'n bisschen Feuer raus, ne? Du musst aufpassen! Okay! Level verstanden! Weil du nachher kannst du gerne Eis fressen! Willst du Eis? Willst du Eis holen? Wenn du Ehr hast? Ja! Willst du! Erspiel ist wohl alles! Erdbeer? Ja! Willst du! Oder... Zitronen? Nee, Erdbeer! Erdbeer! Egal! Du verreckst da gleich, wenn du noch weiter da nach unten gehst, ne? Wenn er hier in der heißen Zeisse spielt, hole ich bis in der Eis zur Abkühlung! In der heißen Zeisse spiel' ich immer! Ich ja selber heiß bin! Alle Mädchen, die das Video sa... Oder vielleicht auch Jungs! Schreibt mal in die Kommentare, ob er heiß ist! Wir werden alle Nein schreiben! Schreibt mal, ob er heiß ist! Das ist doch gar keine Frage! Nein! Die Antwort lautet ja! David 17, ganz verzweifelt, suche eine Freundin! David 17 hatte eine Freundin! Hatte eine Freundin! So, Alter, was klatzt denn das Ding da oben dran, hä? Nicht immer mit deinem Ding da rumklatzen, ja? So! Seine Schuld! Meine Schuld! Hi! Baby, schau wieder! Schon wieder! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Es gibt etwas in den Spielen, das nennt sich Power Death! Es sind noch einmal meine Käppern und du bist ein toter Mann! Ja, ey! Toter Mann Oops Ok Okay. Das ist aber voll gemein. Wie sollen wir uns aber sonst abwehren? Wie bitte. Hallo? Ich hab nichts kaputt gemacht. Ich hab nichts kaputt gemacht. Das ist der größte Abfuck. Das ist voll gemein. Ich hab nichts kaputt gemacht. Ich hab nichts kaputt gemacht. Huf! Jetzt sind wir genau so weit wie vorhin. Mit diesen Dingen, die man nicht abwehren kann. Ich hab nichts kaputt gemacht. Wunderbar. Wunsch. So. Danke. Für den Applaus. Da kann man auch rein. Das wird ihm nicht gefallen. Oh. Frag mich, wie man da durchkommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Mörder. Alles ist da. Alles ist da. Oh mein Gott. Ich hab grad falsch aus in der Cam. Die wegen, die es gemacht haben. Die Exociden. Ich hab so. Mh. Ja. So um das jetzt mal festzuhalten. Wo die Cam. Ich hab geiles Eis geholt. Ja. Ich sag mal dieses. Sieht auch geil aus. Der richtig geil lecker. Mh. Richtiges Ehre. Richtiges Ehre. Richtiges Ehre-Eis. Das wir jetzt hier futtern werden. Das Devil sieht irgendwie. Sieht an sich ganz geil aus. In dem. Bisschen zur Galaxy. Und zu die Waldgemisten Style. Aber mir gefällt dieser Nachtstyle sehr. Es ist total liebe. Ja, aber es ist so nachtmäßig. Äh, wie willst du? Was, hä? Ach so. Da gab's ne Plattform. Hab ich gar nicht gesehen. Weil alles so. Nix. Hey, da oben. Sieht sie doch auch. Boah. Sorry. Dafür grad, Leute. Kommt weg in die Entwicklung von Germard. Die Ahnung. Ja, das war grad auch in Vergewaltigung. Auf feinster Ebene. Wie bitte? Das ist der größte Abfall. Das hast du grad nicht gesehen. Nein. Deshalb machst du das an. Ich mach dir schwierig, wenn du das machst. Warte, ich muss mal kurz rein. So. Ich glaub, du wärst gar nicht angerufen, Bro. Oh. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Ein riesiger Arsch. Dich ist ein Arsch. Dich ist ein Arsch. Dich ist ein Arsch. Das ist immer noch der gleiche Sticker, ich kriege mich um. Okay, ich bin doch mit Anonomen bestiegen. So. Nach 10 Jahren wird es 70, oder? Hm? Wie, wie, wie? Ah lol. Ach, das ist so ein Soßelevel. Was ist denn da richtig Soßen hier? Das ist mit dir falsch, echt jetzt. Wieso? Schau mal, das ist, das da, das fackt ab. So, die kann man... Kann man dann noch mal das verstören. Hm, dann verstören die dich, nachdem du dich sehr stört hast. Haha. Nein. Doch. Du brauchst diesen Power Wumms. Puh, simple. 50. 50 Coins, die muss ich haben. 50. 50 Coins, die muss ich haben. 50 . 50 . 50 Coins, die muss ich nicht kaufen. Okay, so lang. Okay, so lang. He, he. Schau mal was dahinter steckt Super Mario Blume Du kannst sie erst beim Levelbau im Spielthema Super Mario Prost verwenden Oh lol, da gab es diesen ganzen Booms an Sachen Ich blüfe cool, ne? Ne Wir gehen wieder zum geilen Toast Ich habe keine Lust für dich freigeschaltet Ja du bist sehr cool Im Land der Truppkrabbel Das ist von Popstar 1 Irgendwann besser, wie von dem Typ neulich der dann Sportlehrer hieß oder so So Über wen redest du? Der Typ da hieß so Also Das, das ist schon jeweils da Alter Wie kommt man denn hier besser von hinterher? Das ist die irgendwie voll aussieht Wie schnell geht denn dieser... Schneller Wollte ich erst mal einen Käppi runter holen hier Weil du den Eislabasst Der Typ ist ja Alter Hurensohn Alter Hurensohn Weil ich immer so viele Trommel vorhine Okay du Spast Das ist doch unmöglich In der Woche tot Das habe ich noch nie gesehen Ja Meister hat immer seine ersten Male ne? Fuck habe ich nicht aufgepasst Du hast mich echt blockiert Du Arsch Er spammt mich voll und danach blockiert er mich Wir haben auf Ehre blockiert ja Nicht auf Ehre blockiert Alter Scheißhaufen DICKER Wissen Du weißt ja nicht hast Heißraue Du weißt ja nicht hast Heißraue Hm? Das soll nicht mehr irgendwas mit diesen Fotzen Tee zu tun, oder? Hast du wieder eine Röhre verrückt? Hat der nicht? Nein, kein Wissen eigentlich. Was ist denn das für eine Scheiße mit dieser Röhre? Das ist ein Minecraft-Youtuber, aber hat 1.250.000 Euro. Mei, da, da ist... Es gibt auch Leute, die haben... Es gibt auch Leute, die haben 5 Abonnenten, ne? Ich bin zu ganz zufrieden, wenn man 1.000 da bis auch ein Fehler erreicht. Mehr als du in den ganzen Leben erreichen wirst. Treffen wir uns in 24 Jahren wieder. Wer erfolgreicher geworden ist. Ja, das werde ich sagen hier. Uff... Blies... Oh, LOL! Ich war 1 auf... dann oben... dann aber... LOL! Danke, danke! Schauen wir mal, ob wir was bauen können. Ja, meine lieben Hanseln! Ähm... Ne... Nein, der Story Mode fertig. Hm? Oder wollen wir zwischendurch mein Level bauen? Nein, nicht bauen, sondern Schloss bauen! Schau mal, die zeigt doch hier fertig an! Ehm... Eh! Ehm... Ehm... Und vielleicht darf doch... Mamas Dach Westflöger, ne? Der ist schleiser Flöger. Ach ne... Du bist ein Slauberger So mit dem Bau des Westflügel-Daches Bedankt zu Sun und Girmacodes aka David Ganz herzlich beim Zusehen von dem Part. Im nächsten Part geht's weiter Haut's rein und HAUNEE! Bis zum nächsten Mal!